Wir haben auch Rumpa-Hausgeführung, die heute auch nicht mehr ausrechnen können. Ich kann es auch in dieser Art und Weise grundsätzlich nicht schaffen. Eigentlich ein vergeblicher Versuch. Das Poland, der Drift, der Drift, der Drift. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit den Tragenflächen. Flugzeug der FAI Standardklasse. Original hat 15 Meter Sprachweite. Flugzeug. 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 Das war's für heute. Und jetzt ist es eine Katastrophe, eine Pakung, Kalkar, Kalkar, Kalkar. Ja, der steht jetzt so zu folgen. Ja, okay, so, dann brauchen wir noch eine Schilderung. Ja, aber dann machen wir noch eine Schilderung. Und wie gesagt, dann geht es hier mit zwei, drei oder auch vier Feuerwehrfahrzeugen über die Schilderung. Appen, das ist jetzt hier noch eine Schilderung. Das ist schön, der sich in Sprache macht. Woher in Sprache schildern ist. Ja, ich schildern mich. Ja, ich schildern mich nicht. Wie sieht's aus nach einer Schule? Von der wochen Schilderung, gut, gut, gut. Jetzt habe ich mich verliebt. Dann habe ich mich verliebt. Ja. So, wir sehen jetzt schon die ersten Flammen, also haltet euch bereit mit euren Feuerwehr. Ich gebe dann Kommandor, mir lasse noch die Flamme etwas anschwellen. Ich gebe jetzt mit ihr, dass wir jetzt die Lichtfahrzeugen geben. Der Feuerwehr ist am Sonntag mit 4.8. der Lichtmühle auf Freien. Kommandor, bitte kommen Sie zur Information am Ausgang. Soll der Kommandor und das Kommandor-Fahrzeug effektiv dieser Wasserstrahl wie er mir? Er kann tatsächlich wenigstens 2 bis 3 Meter mit seinem Wasserstrahl, mit seiner Pumpe hier umkommen.